Musik Der Traum vom Kino im eigenen Wohnzimmer kann auch für technisch versierte Menschen zu einer großen Herausforderung werden. In diesem Video zeigen wir euch, was passiert, wenn passioniertes Heimwerkertum und professionelle Arvitektenunterstützung aufeinandertreffen. Heute dürfen wir uns ein waschechtes Wohnzimmerkino oder ein White Cinema, wie die Arvitekten sagen, ansehen. Und zwar das Kino von Sebastian. Sebastian hat selber schon langjährige Heimkinoerfahrung. Im Rahmen einer groß angelegten Renovierung sollte nun aber nicht nur die Inneneinrichtung, sondern auch das Heimkino auf das nächste Level gehoben werden. Da ich schon über 20 Jahre mit Heimkinos zu tun habe. Im Heimkino bin ich schon seit meinem Studium vertraut. Damals mit den Lautsprechern vom sehr namhaften Hersteller in Berlin. Und ja, hier war jetzt einfach der Wunsch, trotzdem wir in einer Wohnung wohnen, dass ich trotzdem mir den Wunsch eines Heimkinos erfüllen kann. Wenn sich jemand schon so gut mit den Themen Heimkino auskennt, stellt sich natürlich die Frage, warum Sebastian da nicht einfach Herstellerangaben und Foren studiert hat, um dann letztendlich im Netz den günstigsten Preis für seine Wunschkomponenten zu klicken. Tatsächlich habe ich wirklich vorher natürlich auch im Internet geguckt, wie würde ich jetzt mein neues Heimkino einrichten wollen. Aber ich wollte es jetzt diesmal wirklich perfekt machen. Und deswegen habe ich wirklich ein Studio gesucht und habe es dann zum Glück beim Sebastian gefunden mit der guten Beratung, weil jetzt hier wirklich die Herausforderung war. Ich wollte es jetzt halt noch einmal richtig machen und war super froh, bei ihm gewesen zu sein, weil er mir bei einigen Sachen Rat gegeben hat, an die ich einfach nicht vorher gedacht hatte. Wir freuen uns natürlich, dass Sebastian den Weg zu unserem Sebastian, dem Arvitekten aus dem Studio Rhein-Main, gefunden hat. Denn sonst könnten wir euch diese schöne Wohnzimmerlösung ja gar nicht zeigen. Aber es interessiert uns natürlich schon, wie die Arvitekten konkret helfen konnten. Ja gut, das war relativ einfach. Also erstens ein Mensch mit so einem Namen kann nur toll sein. Also von daher ist das schon mal soweit in Ordnung. Ja, er kam informiert rein, aber wir mussten ihn halt wirklich technisch an die Hand nehmen. Das heißt, wie integrieren wir das am besten? Weil das Internet auch sehr viele Falschinformationen drin hat, die man einfach nicht rausfiltern kann. Deswegen haben wir in der Planung da stark helfen können. Also ganz wichtig war das vom Lautsprecher-Setup, weil ich erst dachte, dass wir jetzt eben hier mit dem Raumtrenner, den wir hier drin haben, dass wir da Direktstrahler ins Regal stellen. Und er hat mir dann aber den Rat gegeben, dass es schon besser ist, wenn wir keine Direktstrahler halt direkt hinter die Hörposition stellen, sondern dann eben diese Decken-Lautsprecher dann einbauen. Und das gerade jetzt mit dem aktuellen Lautsprecher-Setup ist es halt echt super. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Also ich habe ganz viele Bereiche, wo er mir sehr viel geholfen hat. Und ich kann genauso weitermachen beim AV-Receiver. Ich hatte auch vorher einen ganz anderen auf dem Schirm und bin so froh, dass er mir den Marantz Cinema 60 empfohlen hatte. Wir sehen, da gab es selbst bei so einem so gut informierten Heimkino-Fan doch das ein oder andere Detail, bei dem es sich manchmal lohnt, noch einmal einen Profi zu konsultieren. Doch werfen wir endlich mal einen genauen Blick auf dieses Heimkino. Für die Nachrichten und das schnelle Fernsehvergnügen zwischendurch ist hier ein 55-Zoll Samsung The Frame verbaut. Für den großen Kinospaß sorgt unser beliebter Evergreen, der Epson TW 9400. Den hatten wir ja bereits vor ein paar Monaten nochmal auf den Prüfstand gestellt, mit dem Ergebnis, dass sich das Gerät trotz seines stattlichen Alters auch gegen moderne Konkurrenten immer noch erstaunlich gut schlägt. Den Epson hat Sebastian in diesem Fall nicht einfach nur unter die Decke gehangen, sondern in Zusammenarbeit mit seinem Trockenbauer in eine extra vorgesehene Abkastung gestellt. Ja, den Beamer-Kasten, da kam auch mein Heimwerkergeschick wieder zu Gange, weil der Kasten selbst, der ist aus Holz, wo der Beamer drin steht und den habe ich zusammengebaut. Aber der Trockenbauer, wie du schon gesagt hast, hat eben den Holzkasten entsprechend noch mit verkleidet und mit dem Kasten dann entsprechend verbunden, sodass er passt. Dass es dann nachher auch aussieht wie aus Trockenbau. Neben den hervorragenden Eckdaten des Epson TW 9400, nämlich, dass er nicht nur sehr hell ist, sondern auch einen tollen Kontrast und tiefen Schwarzwert liefert, erfreut sich Sebastian vor allem noch an einem weiteren Luxus-Feature des Geräts. Ja, Lens-Memory ganz einfach. Hier der Epson 9400 hat halt die Möglichkeit, dass ich unterschiedliche Positionen von der Linse einspeichern kann. Und es hat halt den Vorteil, gerade bei der Edge-Free-Leinwand, dass ich zum einen eben mein ganz normales 16 zu 9 Bild mir anschaue, aber zum anderen, wenn ich dann eben ein 21 zu 9 Bild habe, habe ich dann halt die Möglichkeit, einfach die Linse entsprechend so weit runterzufahren, dass ich es einfach auch in der perfekten Achse zur Sicht eben auch vom Sofa einfahren kann. Und es ist halt echt super, weil er merkt sich das. Ich brauche da nur einen Knopf drücken und dann fährt er die Linse entsprechend hin. Und ich habe ein 21 zu 9 Bild dann auf der Leinwand. Der Epson projiziert sein Bild auf eine 100 Zoll Kontrastleinwand. Die Besonderheit ist hier, dass die Leinwand fast unsichtbar an der Decke verschwindet. Es handelt sich hierbei nämlich um eine sogenannte In-Sealing-Leinwand, die speziell für den Einbau in Decken konstruiert ist. Und wie sich das für so maßgefertigte und hochspezialisierte Komponenten gehört, konnte Sebastian die Leinwand beim Arvitec Studio Rhein-Main direkt so bestellen, dass sie über sein Homematic IP Smart Home steuerbar ist. Ja, perfekt mit. Auch ich habe es Sebastian dann kurz vorher geschickt. Er hat das alles bei der Bestellung berücksichtigt, dass wir da nicht die super Leinwandsteuerung mit berücksichtigen. Und war total super. Also von Anfang an einmal eingestellt, mechanisch Endpunkt an jeder Seite. Und seitdem läuft Biene 1. Für den guten Ton im Heimkino sorgen in der Front drei Dali Oberon-Vokal, die perfekt in das Möbel passen. Wer genau hinschaut, sieht, dass nicht nur die Oberon wie maßgeschneidert ihren Platz in dem Möbel findet. Wenn es wie maßgeschneidert aussieht, dann ist es das meistens auch. Sebastian hat ja nicht einfach eine Lösung von der Stange gekauft, sondern schon fast den Job eines Arvitekten übernommen und das Möbelstück bis in das letzte Detail geplant. Das kam sehr viel von mir. Das hat mich echt einige Nächte auch gekostet, weil du weißt gar nicht, wie viel wir auch umgeplant haben. Alleine diese Regalfachböden, Aufteilung und Abstände, genau wie du es gesagt hast, dass da wirklich die Blu-ray reinpasst. Ich habe die abgemessen und die Abmessung dann eben auch dem Küchenbauer gegeben. Und auch beim Marantz haben wir sichergestellt, dass da noch genug Luft ist. Und da steckt wirklich sehr viel Herzblut auch von mir drin. Neben den vorderen Lautsprechern treibt der Marantz Cinema 60 natürlich auch noch zwei Surround-Lautsprecher an. Allerdings finden wir diese nicht an der gewohnten Stelle, nämlich auf Ohrhöhe, sondern vielmehr da, wo man klassischerweise die Atmos-Lautsprecher vermuten würde. Sebastian hat uns ja eben schon erklärt, dass er in diesem Fall dem Tipp aus dem Arvitek-Studio gefolgt ist. Man hätte natürlich auch Lautsprecher unten in das Möbel integrieren können. Da ist aber der Abstand immer wieder vom Lautsprecher zu Ohr, je nachdem wie viele Leute auf dem Sofa sitzen, meistens zu gering. Das heißt, irgendeiner kriegt ins Ohr gebrüllt oder es funktioniert dann für irgendjemand nicht richtig. Der Abstand langt einfach nicht, für den Lautsprecher richtig zu arbeiten. Also haben wir gesagt, wir reduzieren lieber die Anzahl der Lautsprecher, holen die oben aus der Decke raus und machen da die Surround-Lautsprecher drin. Jedes Mal muss man wieder sagen, wie gut das funktionieren kann im Verhältnis zu Lautsprechern, die viel zu nah am Ohr sind. Natürlich gibt es auch einen Subwoofer, doch wer danach bereits schon Ausschau gehalten haben dürfte, wird nicht fündig geworden sein, denn dieser versteckt sich unter dem Sofa. Eine exotische Positionierung und Sebastian verrät uns, was es damit auf sich hat. Genau, und gerade weil es halt unter der Couch positioniert ist, merkst du es halt schon gut, wie es vibriert. Also voll Vorteil. Und wie du gesagt hast, es war halt gerade ein bisschen schwierig bei uns hier im Setting, das so wohnlich wie möglich zu belassen, aber trotzdem eben die Heimkino-Komponenten vollständig unterzubringen. Und sicherlich hätte ich jetzt hier einen Riesenwürfel mir hergestellt, der würde nochmal einiges rausholen. Aber wir sind auf der anderen Seite auch im Mehrfamilienhaus. Also wie ist die Frage, wo ist auch die Frage, ich meine, ich habe Nachbarn, ich kann da jetzt eh nicht jedes Mal Lautstärke ohne Ende hochdrehen. Und insofern ist es der perfekte Kompromiss, eben optisch, aber auch akustisch. Der Sebastian wollte eigentlich den Subwoofer nicht sehen. Das heißt eigentlich, er wollte ihn nicht sehen. Und ja, die Möglichkeit war, oder der Gedanke war dann, das Ganze unter dem Sofa zu verstecken. Hatten wir jetzt in dem Fall kein Produkt, was Preis-Leistung für ihn in Frage kam. Wir haben zwar Produkte, die da reingepasst hätten, die sind aber meistens dann passiv gewesen, mit extra Endstufe. Das heißt, kostentechnisch wären wir da extrem explodiert. Deswegen hat er sich ein bisschen umgeschaut und hat bei Nubat ein Produkt gefunden, wo ihm ganz gut gefallen hat und auch unter das Sofa gepackt hat. Und den hat er sich dann geholt und wir haben das dann quasi mit eingeplant. Dieses Projekt zeigt anschaulich, dass die Avitekten keine Ganz- oder gar Nicht-Philosophie verfolgen. Es muss nicht immer eine vollumfängliche Planung sein. Und wenn der seltene Fall eintritt, dass im Avitek-Portfolio mal kein passendes Produkt zu finden ist, dann ist das natürlich auch kein Problem, wenn ein anderes Produkt verwendet wird. Auch im Bereich der Montage ist es möglich, die Unterstützung der Avitekten nur für vereinzelte Aufgaben hinzuzuziehen. Wir haben die groben Arbeiten gemacht. Das heißt, wir haben die Leinwand installiert, was nicht ganz so einfach ist. Da brauchen wir ja auch zwei Mann für. Und man muss wissen, wo welche Löcher gebohrt werden. Wir haben den Beamer installiert und ausgerichtet. Und der Rest hat der Sebastian selbst gemacht. Also ich würde jedem empfehlen, der wirklich ein vollständiges Heimkino, der ernsthaft darüber nachdenkt, sein Wohnzimmer oder auch ein eigenes Heimkino zu Hause einzurichten, sich wirklich professionellen Rat zu holen. Und sei es eben einfach nur ein Rat, wie stelle ich am besten Lautsprecher auf oder welches Leinwandmodell oder Beamer-Modell ist das Beste für das Setting, bis eben auch hin zur Unterstützung bei der Installation. Also ich würde jedes Mal wieder zum Studio gehen und mir da professionellen Rat holen beim Sebastian und Martin. Dass Sebastian von seinem neuen Heimkino begeistert ist, lässt sich, denke ich, unschwer erkennen. Aber was sagen denn Sebastians Frau und seine Kinder? Ja, die finden es einfach großartig, weil wir jetzt einfach so eine Lösung haben, die perfekt hier reinpasst. Vorher war das alles so ein bisschen zusammengestückelt, weil es eben so von mir selbst alles so peu à peu gekommen ist. Und jetzt haben wir einfach diese Gesamtlösung mit dieser versteckten Leinwand, die da eben groß ist, der 4K-Beamer, der eben nochmal eine ganz andere Qualität dann der Filme drauf zeiobat. Und ja, auch im Zuge der Renovierung war dann eben auch die Couch zum Beispiel neu und man fühlt sich wirklich wie in einem neuen Zuhause. Und ja, gerade das Heimkino ist echt so ein Highlight. Bei so viel Begeisterung brauchen wir uns natürlich keine Sorgen zu machen, dass das Heimkino auch ordentlich genutzt wird. Ganz im Gegenteil. Sebastian verrät uns, dass es sogar ein fester Bestandteil des Familienlebens geworden ist. Wir haben so ein kleines Ritual, so als Belohnung für die Familie am Ende der Woche, auch heute wieder am Freitag, werden wir unseren Kinoabend haben, wo wir dann auch mit der Familie zusammen dann auch essen vom Kino und dann einfach uns erfreuen, dass die Woche rum ist und wir ans Wochenende starten. Sebastians Heimkino kommt natürlich nicht nur bei seiner Familie gut an, sondern sorgt auch bereits im Freundes- und Bekanntenkreis für viel Lob. Und der ein oder andere hat sich sogar schon von Sebastians Ideen inspirieren lassen. Nein, wirklich. Also da kam schon so Feedback, dass man einfach Respekt davor hat, was man hier... Man hat auch schon einige Ideen, zum Beispiel mit den Akustikpaneelen an der Decke. Hatte ich schon andere jetzt gerade auch auf Arbeit, auf Ideen gebracht, das auch ähnlich umzusetzen. Und wir finden alle total toll, wie ich das hier umgesetzt habe. Doch Sebastian wäre natürlich kein wirklich eingefleischter Heimkino-Fan, wenn dann nicht doch noch an der ein oder anderen Stelle gefeilt werden würde. Ich bin nicht zu 100% zufrieden oder wir sind einfach noch nicht zu 100% fertig. Es liegt einfach daran, dass wir hier sehr viele Fensterflächen haben. Und gerade wenn du dann hier auf der Couch sitzt und Richtung Leinwand schaust, merkst du schon, dass wenn dann eben das Fenster und draußen ist dann dunkel oder die Rollladen ist unten, dass sich schon das Bild eben auch spiegelt. Und auch akustisch wird es nochmal ein Unterschied sein. Also wir werden auf jeden Fall dort hinten nochmal einen Vorhang machen mit auch Akustikstoff. Einfach, dass wir das nochmal besser abdunkeln. Und ja, was mich halt nochmal reizen würde, ist eben einfach diese Vielfalt der Fernbedienungen zu reduzieren und einfach noch mehr zu automatisieren. Also einfach am liebsten irgendwie mit einem Wort oder mit einem Schalter das komplette Kinoprogramm eben initiieren. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir natürlich noch die Frage aller Fragen klären. Was kostet denn ein solches Heimkino, in dem sehr viel Eigenleistung erbracht wurde? Er ist bei uns knapp unter 10.000 Euro geblieben. Fernseher und Subwoofer hat er sich natürlich separat geholt. Das heißt, insgesamt ist er dann über die 10.000 Euro drüber. Das war es wieder für heute. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und euch ein wenig inspirieren konnte. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, das Abo nicht vergessen und falls ihr noch etwas über Sebastians Heimkino wissen wollt, schreibt es uns in die Kommentare und haltet die Augen offen, denn das volle Interview mit Sebastian wird auch in den nächsten Tagen auf diesem Kanal veröffentlicht. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal herzlich, dass wir dieses Heimkino vorstellen durften und freuen uns darauf, euch bei einem unserer nächsten Videos wiederzusehen. Euer Ecke Schmidt und die Arbitekten.